Meine Leute, Serplen hier. Heute geht's mal um was, dass mich persönlich einfach nur noch abfragt, und zwar YouTubes eigene Musik. YouTube bietet dir als Kreator, als Content-Kreator, einfach quasi Gratis-Musik an, die du im Hintergrund benutzen kannst, weil die sind nett. Und ich hasse dieses Konzept, sondern ich find's zwar ziemlich intelligent, aber ich hasse die an sich, die Musik, die da drin ist. Das klingt halt alles 90% wie das generischste Gedudel, ohne Person... Da ist null Gedanke hinter. Das ist einfach irgendein Gedudel, was so null irgendwie so ein Highlight hat, oder irgendwie einen guten Drop, oder irgend so ein Scheiße. Na gut, ein Gitarrensong soll nicht irgendwie so einen guten Drop haben, aber das hat einfach einen generischen Rhythmus. Und so gefühlt alles klingt halbwegs gleich, und es gibt keine wirklich gute Musik da. So, ich nutze ja auch eigene, so nicht eigene, aber halt so Songs von Leuten, die man halt für sich selbst verwenden kann. Und damit Idioten wie ich, wenn sie mal Geld machen könnten, damit Geld machen können. Also, Free-for-Profit-Beats von so tollen Leuten. Wewarn oder Pride-Punkt-Red-Man, oder Ready-Man, wie er heißt. So, das seht ihr auch immer am Anfang des Videos, wer das gemacht hat. So, und ich verstehe nicht die Leute, die dann auch noch dieses schlechte Gedudel benutzen. Es gibt so viel gratis Musik auf YouTube und allgemein auch von anderen Quellen, wo du es dir runterladen kannst, die so viel besser klingt als das Gedudel, was dir YouTube andrehen möchte, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum man damit halt noch arbeitet. Also, es ist für mich einfach wirklich so ein Unding, sowas zu arbeiten. So, es klingt halt einfach so platt und generisch, dass so die Beats oder allgemein oder das ganze Zeug, dass es klingt so wie was, was jeder andere Mensch benutzt. Ich mag es einfach nicht, aber naja, es ist an sich ein ganz gutes Konzept und ich wollte es einfach kurz darüber reden. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt toxisch, deabonniert mich, deslackt mich, end mir mit die Glocke und jetzt und ich war hier so gut, jeder, ja.